Hi, ich bin Lena. Willkommen in meiner Küche. Wir backen heute zusammen meinen Lieblingskuchen, eine Kaffeesahnerolle. Bleibt dran! Ich versuchze ihn auf den Weg, den Weg. Ich arbeite den Weg aus dem Weg. Ich schließe ihn für die Waffe bis zu! Dann trieze ihn, die Flüssigzeiten enteckt! Dann schließe ihn auf den Weg zur Zeit, einem Schrei. Ich schließe ihn mit einem Schrei. Ich kaufe auf den Weg, in irgendetwas, Person, eine Kaffee. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.